Wo bin ich denn jetzt? Muss ich jetzt hier hoch? Nee, muss ich denn jetzt hin? Ähm. Wir gehen mal da lang. Ich weiß echt nicht, wo wir jetzt hin müssen. Okay. Von da sind wir jetzt gekommen. Ja, gut. Überquere das Wasser war das Ziel, ne? Aber hier unten müssen wir jetzt nichts einsammeln oder so, ne? Oder doch? Ich weiß ja nicht, weil da stand überquere das Wasser. Und überqueren heißt ja, sag ich mal, ach so, das war nur ein Checkpoint. So zum Luft holen. Gut. Ähm, 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 ähm. Ich hole mal ein bisschen länger Luft. Das ist ja immer wichtig beim Schwimmen, dass man ein bisschen länger Luft holt. Ich dachte schon, was kommt denn jetzt? Boah, gleich kommt irgendwie so ein High-End gegen. Ey, das wär's ja. Ey, das wär so krass. Ähm, ich glaub, das wird jetzt so ein bisschen eng mit der Luft, sag ich mal. Weil wir müssen, zum Glück ist hier so ein Faden. Nein, nein! Wir müssen, äh, überquere das Wasser. Uah! Äh, nicht ertrinken, nicht ertrinken, nicht ertrinken. Nicht ertrinken, ey. Ach. Nicht ertrinken, ey. Puh. Äh. So, jetzt kannst du erst mal schön atmen. So. Und jetzt weiter. Du schaffst das. Komm, du schaffst das. Auf jeden Fall. Oh, oh. Oh, oh. Gut, dass ich das gelernt hab, ne? Das ist gut. Würde ich mal sagen. Oh Gott, ich glaube, dass hier... Halten zum Lesen. Fortschrittsbericht, Tag 3. Nach 14 Sprengungen scheint das alles immer dünner zu werden. Vielleicht ist der Wunsch Vater des Gedankens, denn den Sprengstoff durch das Wasser hier zu bringen, ist extrem schwierig. Aber wir glauben, dass wir uns dem Ende des Gletschers nähern. Uiuiui. Munition. Das ist kein... Da ist ein Hardcore-Typ. So. Scheiße, da ist wieder so ein Hardcore-Ding. Ach, ich hasse diese Typen, ey. Ah, will ich euch das schon mal... Oh. Scheiße. Jetzt kommt der natürlich, ne? Wieso bringst du meine Familie um? Was hat die denn jetzt gemacht? Nix, ne? Oh, komm. Komm, 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 komm. Komm. Zack. Kaputsch. Den töte ich jetzt immer mit Ziel 4. Was sagst du ja? Ziel 4 ist das Beste, was es gibt, um solche... Oh. Um solche Typen zu killen. Ist es Ziel 4? Geil. Ich bin ja eigentlich nicht so einer, der so in Call of Duty sowas macht, aber so ist C4 Bombe. Das war der, ne? Ist der so krass gefetzt, ey. Uiuiui. Ich hab den echt auseinandergefegt. Tut mir leid. Voll zerfickt, sag ich mal, ne? Halten. So. Das war ne Sprengung. Finde die Affenstatue. Das ist der Müe... Boah. Oh. Ne. Da darf ich nicht runterfallen. Gibt's da irgendwas? Ähm... Muss ich jetzt hier springen? Oder... Ich trau mich das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, aber... Na gut. Okay. Geschafft. Ich dachte jetzt... Ich dachte jetzt, ich verreck hier. Ist hier jemand? Scheiße. Ich hab Angst. Angst. Fuck, ey. Fuck, 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 fuck. Tiger, ey. Scheiß. Fuck. Oh. 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 Lad nach, lad nach, lad nach. Schnell, 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 schnell. Oh. Oh. Nicht von hinten kommen. Oh. 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 Krass, ey. Da ist aber noch ein Tiger. Ich hab noch einen gesehen, ey. Oh. Krass, ey. Wo, wo, wo? Oh. Wo? Oh. Herstellen. Erstmal herstellen, ey. Oh, je, 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 je. Oh, je, 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 je. Was ist das? Okay. Oh, Gott, ey. Zum Glück haben wir eine Pumpgun dafür. Oh, wo bist du? Oh, da. Oh. 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 Oh, gerade noch geschafft, ey. Oh. Eklig, ey. Schnell mal nachladen, falls irgendwie noch irgendwelche Viecher hier kommen. Dafür ist die Pumpgun richtig gut, muss ich sagen. Ist das die Statue? Nö. Hä? Ach, da oben müssen wir lang. Gut. Oh, Gott, ey. Diese, so. Irgendwie, ich hab vor Katzen und so Wildtieren mehr Angst als vor, äh, Typen. Weil die kann man ja gut einschätzen. Aber die Tiere, die sind immer so. Da weiß sie nicht. Das weiß sie echt nicht bei Tieren. Da ist ne Katze. Puh. Wurde der jetzt getroffen, oder wie? Die halten echt viel aus, oder wie? Eigentlich, normal. Weiß auch nur mal, ob ich den treffe, ey. Einen Scheiß. Ich glaube ja eher nicht. Die Wildkatze ist schon nicht ohne, sag ich mal. Was ist denn der? Wo ist der? Wo ist der? Scheiße. Scheiß. Wo ist er hin? Wo ist er? Ah, ich hab Angst. Muss das Teil? Wo ist das, wie ich hin? Ah. Wo ist das? Ach so, ja, dann. Ach Gott, ey. Ich hab so unnötig Angst, aber... Angst ist natürlich verständnisvoll. Ist doch... Da drunter hier. Ja. Krass, ey. Ich hab so Angst vor den Viechern, weil die so... Die sind so unberechenbar. Das ist ja doofe. Ach so, und jetzt? Und jetzt? Muss ich jetzt machen? Hier ist irgendwas. Hier irgendwo ist die Affenstatue. Die wir irgendwie finden müssen, ne? Hier kommt nix mehr, ne? Oder? Sind wir ja durch? Stiehl die Affenstatue. Wo ist denn... Oh ja, jetzt kommt's auf die Idee. Wie so eine große Statue soll ich... Ach so. Ich wollte schon sagen. Entkommen aus der Höhle. Ach Gott, ne, ne? Jetzt bricht die Höhle hier ein, oder wat? Oh, oh! Krass. Stirb. Ich bin ja nicht so... Eigentlich nicht so der Typ, äh... Der so Pumpgun-mäßig ist, aber... So ist sie ganz geil. Muss ich sagen. So. Wie komm ich jetzt hier wieder raus? Scheiße, ey. Und scheiß. Das wird schwer werden. Ich weiß ja nicht, ist da jetzt noch so ein Typ mit der C4, oder nicht? Okay, ich muss da jetzt erstmal wieder hochklettern. Scheiß, dann sehen die mich doch glatt, ey. Scheiße. Oh, Raketen. Da ist schon wieder so ein Typ... Oh, Gott, ne. Ne, er... Scheiße. Scheiße. Ich muss... Ne, 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 ne. Nicht-Björny-Boy-Seen. Nö, nö, nö. Das lasst ihr bitte sein. Scheiße, da ist ein... Oh, oh. Der hat einen Raketenwerfer. Scheiße. Oh, jetzt kommt einer. Nicht? Oh, okay, der ist tot. So. Und was ist jetzt mit dem Raketenwerfer-Typi? Ich hab nicht mehr viel Muni, muss ich sagen. Da muss ich mir eingestehen. Nicht hier. Nö, es gibt keine Spuren. Kriegsorden. Schrotflinten-Muni haben wir wieder gekriegt. Das ist sehr schön. Sehr gut. Boah. Ich wollte schon sagen, wie viel Leben hat der Typ denn? So, da kommt jetzt einer. Boah, das wäre jetzt bitter gewesen. Ey, scheiße. Gucke mal, da ist der C... So, wo ist jetzt mein C4? Da. Hallo. Hallo. So. Tot. Tja. So geht das. Leute, so geht das. Hä, wie soll ich denn jetzt... Was soll ich denn jetzt machen hier? Ach. Hättest du mir das mal früher gesagt hier. Äh, das wusste ich echt nicht. Dann zieht er sich ja hoch, ja. Na, gut. Dann mach mal hier. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Okay. Kletter. Ich kann den jetzt wieder benutzen. Das ist ja schön. So. Das ist echt eine Kletteraktion im Himalaya. Oh Gott. Was ist das denn? Lesen. An den, der dies findet. Wenn irgendjemand das liest, bitte gebt die Nachricht an die örtlichen Behörden weiter. Wir haben den Schutz vor einem massiven Schneesturm gesucht, aber sind in eine Gletscherspalte gestürzt. Wir haben versucht, die Spalte hochzuklettern, aber es geht nicht. Wir werden versuchen, einen anderen Weg aus dem Gletscher zu finden. Wir können Tiere hören. Hoffentlich sind es keine Raubtiere. Wie Abheilwinter 1953. Ja, das ist schon einige Zeit lang her. Aber Raubtiere? Scheiße. Raubtiere. Nein. Ich hab's. Hol mich hier raus. Absolut, Mann. Ich bin der Wind unter deinen Flügeln, aber komm nicht auf Ideen. Ich bin nämlich nicht monogam. Hab's versucht. War scheiße. Ein Bulle braucht Auslauf, Mann. Ich brauch Auslauf. Okay. Was passiert jetzt? Ach Gott. Das ist eine Mission. Wie, sind wir jetzt fertig? Oder wie? Sind wir jetzt fertig? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Gott. Ist das eine Harpune? Alter, begrüße den Fehler. Den nimmt man nicht mehr nur für Wale. Ich sag dir, weißt du, das wird das Ding in jedem Schlafzimmer. Den richtigen Aufsätzen. Totaler Indie-Moment. Hattest du einen Beutel sang? Und hast du die Statue durch den Beutel ersetzt, weil da eine Druckplatte drunter war? Nein. Nein. Aber es gab eine Schlangenkube? Schlangen? Im Schnee? Nein. Nicht? Oh, gut. War bestimmt trotzdem episch genug, um den Affengott zu besänftigen. Wenn ich die anderen finde, dann melde ich mich, okay? Es gibt noch mehr? Mhm. Ach Gott, es gibt noch mehr von diesen Statuen. Scheiße, ey. Finde ich noch mehr von diesen Statuen. Ach Gott. Kriege ich jetzt keine EP oder was? Was war das denn für ein Scheiß, ey? Ach Gott, ey. Das war eine Mission, ey. Das war heftig. Also, das fand ich schon wieder so... Ja. Ich habe in letzter Zeit so oft Angst hier in dem Spiel. Das hängt damit zusammen, weil... Ja, diese ganzen wilden Tiere. Schnellreise nicht möglich. Warum? Passiert jetzt noch was hier oder wie? Ja? Nichts Böses sagen. Mission beendet. Hat aber lange gedauert. Nichts Böses sagen. Also, zu dem H gehe ich jetzt nicht mehr. Wo ist denn das jetzt? Das H? Ähm. Da. Ja, da gehe ich jetzt aber eh nicht mehr hin. Ich möchte noch einen Außenposten befreien. Sofern es denn möglich wäre hier. Nö. So. Neue Waffe. Wie? Ich habe mir neue Waffe freigeschaltet. Und welche Waffe habe ich denn freigeschaltet? Ähm. Die da. Genauigkeit. Okay. Was ist, wenn ich die jetzt nehme anstatt die? Okay. Die hat natürlich nicht so eine Genauigkeit. Aber wenn ich da jetzt ein Visier drauf mache. Optisches Visier hat die mit einem Scharfschützen. Ähm. Ich weiß natürlich nicht. Was ist der Unterschied? Ein optisches. Ich mache mal ein Scharfschützen-Visier da drauf. Und ein erweitertes Magazin mache ich auch drauf. Die war ja nicht so teuer anscheinend, ne? Ähm. Farbe. Hm. Ach Gott. So viel für eine Farbe auszugeben. Ne. Lauf gibt es nicht. Schade. Aber jetzt, äh, rüsten, haben wir die ausgerüstet? Ähm. Ja. Haben wir. Ach Gott. So den Rekordbogen, den haben wir natürlich auch ausgerüstet. Da gibt es nichts anderes, ne? Nö. Gibt es nicht. Und. Bei der, bei unserer Pumpgun gibt es. Ne, warte, das ist unsere Pumpgun. Und da haben wir auch schon alles. Glaub ich. Ne, ne, ne. Was war denn jetzt unsere Pumpgun? Ich, ich weiß jetzt nur mehr. Keine Ahnung. Ne, einzigartiges. Das war unsere Pumpgun. Ja. Einzigartig. Die Waffe. Ähm. Ach, ich kann ja noch Sachen verkaufen. Guck mal. Kriegsohren zweimal. Das bringt Geld. Rostige Klinge zweimal. Pilotenbrille. Chlor-Tabletten sind so viel wert. Na, wie nach Bau. Klappmesser ist das auch viel wert. Äh. Na, Schriftrollen nicht. Aber ein gewagtes Foto ist schon was wert. So. Aber an dieser Stelle. Äh, warte. Da hängt doch irgendwo noch so ein Poster. Oder? Oder? Ja. Da. Hä? Wie kriege ich das denn? Kannst du gar nicht kriegen. Kannst du echt nicht kriegen. Naja, gut. An dieser Stelle würde ich die Aufnahmesession gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Far Cry 4. An dieser Stelle wieder.